Du weißt, dass... Kannst du mich eigentlich mit dem Blitz überhaupt treffen? Weiß ich nicht. Ich will nur rechts gucken, ob da irgendwas ist. Achso, ja, können wir von mir aus. Ja, du kannst von mir aus der Metzeln und ich hab Uni-Content auf meinem Kanal. Was? Uni-Content, dass du da drüben warst, ich nicht. Fuck. Hat's mir auch, halt, mich zu treffen. Das wär voll nice. Das war so klar. Aber daneben! Ha! Übers Eis! Äh, die kommen aus dem Sumpf, also wieso frecken die dann dran? Die sterben gar nicht! Ja, genau! Alter! Ich hab euch den Gegnern! Genau mich! Fünf Millionen Gegner! Ich hab euch schon starb nicht mehr! Fünf Millionen Gegner und er sucht dich aus, du bist halt der gefährlichste, ne? Dump. Nein, 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 nein! So, komm! Was? Was? Äh, okay, Arcan darf ich nicht reinnehmen. Also. Oh! Katzi getriggert. Ja, super! Die Gegner unten halten mit mir fest, oder was? Kommt man auch mit! Okay. Da kommt Necromancer! Ein Necromancer! Yeay! Yeay! Meteoritenschauer, wenn du Spaß hast, dann. Yeay! Was kann ich? Meteoritenschauer einsetzen. Ich find das irgendwie schon richtig. So machst du hier so krasse... Krasse Legs, ja. Heilexplosionen. Ja. Ja. Warum stirbst du eigentlich nicht? Du bist ja auch so ein Gude oder sowas ähnlich. Ich bin auch nicht untot. Was? Ey, was denn los? Wieso, wir nicht weiter? Oh, ne, oder? Oh, du wirst schon eine Stunde am aufnehmen? Ne, sind wir noch nicht, oder? Wirst du auf, bitte? Muss ich dich vielleicht umbringen, damit wir weiterkommen? Weiß ich nicht. Wieso hab ich denn das überlebt? Nein. Oh, was ist das für eine Scheiße? Ich hab keine Ahnung, das war aber schon mal. Dann müssen die Gegner erst weg. Ja, aber die Gegner sind alle tot. Ja, das ist irgendwie komisch. Töte dich schon mal selbst. Nein, dann... Doch, weil dann kommen wir besiegt, dann sind wir wieder zurück. Auf dem letzten Kontrollpunkt. Wie halt, man sieht, wie die Steine um dich herumflipsen. Das ist ein Zeichen für den Suizid. Weil mir einfach ein Stein von oben spawnt und einfach auf den Kopf fällt, ne? Wunderschön. Und der Stab mob nicht? Der stiefelt nicht! Okay. Das ist nicht gut. T-backed. Hahaha. Wollen wir einfach durchlaufen? Ich glaube, es kann auch gewesen sein, weil wir unten noch Feinde vergessen haben. Vielleicht, ja. Dass ich so am Rand praktisch war. Weil du einfach, älter, ich bin ein scheiß Erkan, ne? Und das macht dann überhaupt keinen Schaden. Das ist ja voll geil. Was macht gegen die Schaden? Ich glaube, Donnerkeil. Ähm... Achso. Der frisst an mir ohne... Alter! Ich habe kein Brain für euch. Geh weg. Du hast gar kein Brain, oder wie? Nein, für die nicht. Ah, Hilfe! Wie wär's mal mit einem, äh... Mit einem, äh... Mit einem Meteoritenregen? Ich mach einfach so. Ah, geil! Das geht wirklich länger. Schau mal. Geil! Wie cool. Versuchst du grad einen Meteoritenregen zu machen? Ja, aber ich hab's voll verkackt. Ja, ich... Bin auch grad auf dem Weg, dich zu töten. Also lass es. Alter, diese... Viecher, ne? Die sind voll nervig. Mach's lieber... Äh, wieso bin ich denn... Ich... Ich... Ich komm nicht raus aus meiner Ecke hier. Ja, mach's dir einfach alles nass und blitzig weg. Ich hab ein ungewolltes Fantreffen. Hoppula. Schild! Ein Schild vor mir und trotzt mit mich! Ich hab echt das Gefühl, ich bin so Priorität inzwischen. Ja, das hab ich, äh, in der... Ah, Hilfe! Ah! Ich hab... Hab ich eingestellt. Also jetzt alle töten, bevor wir es triggern in dem Fall. Ja, das... Denk ich mal... Ich weiß nicht, als ich's mitm... Kollegen mal gespielt hab, war's es... Aua. Das war so klar. Es war so klar. Alter, da unten ist noch einer, das weißt du. Was, da unten ist noch einer? Ja, gar nicht. Da, schau, neben dir. Ich sollte eigentlich Baseball spielen. So genau, wie ich treffe. Ach du... Das musst du da unten. Ich versuche, mich mit den Elementen klar zu... Mit den Elementen klar zu kommen. Das ist ja gar kein Zombie. Nein, ich bin gar kein Zombie. Äh, kannst du sie nass machen? Moment, kann ich? Ich mach einfach so. Ach, komm, mach einfach so. Wo ist denn? 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 So. Oh, das wollte ich auch gerade machen. Ein zweiter Mal einget... Und tschüss. Achso, du wolltest Regen machen? Ja. Ne, ich wollte was anderes machen. Da sind die alle nass, jetzt können die einfach wegblitzen. Das ist schön. Das stimmt, ja. Wir können jetzt einfach ein Schild machen. Ja, und das muss ich nicht... Hoppla. Ja... So, jetzt stimmt's er diesmal, hoffentlich. Wiss man schon. Wiss man schon. Ach, Hilfe. Ähm, Moment... Du, 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 du. Alter! Zzzzzzz... Immer auf damit. Nein. Doch. auch alle zahlreiche erster das funktioniert das funktioniert ich bin so ein Gott der Dich hat die Spielmechanik durchschauen und schuss durchhalten die Spielmechanik hatte da links doch sicher noch Easter Egg ich glaube ich muss mir glaube ich sind wirklich überhaupt nichts ist voll Stranglose ich sollte er auf der Hälfte beim Spiel bei der Spielartigkeitsdeckung hatten sie keinen Bock mehr damit was Gimmicks Easter Eggs das hat doch genug jetzt das war auch zu fragen hier ja genug Referenzen ich helfe dir mal ich verklicke mich die ganze Zeit äh ok blöde Idee ich habe mit Absturz auf dem Desktop mich selbst umgebracht du Held übrigens eine gute Idee wäre den Baum nicht zu wässern das halte ihn anscheinend ok komischerweise ja wieso aber ich habe nicht so ein grünes äh so einen grünen Daumen du weißt gar nicht woran Pflanzen wachsen nein also meine gehen immer ein wo ich viel Liebe und Zärtlichkeit bekomme ich stelle mich gerade vor wie du so abends im Bett so mit der Pflanze auf dem Laken ach Schätzchen warum machst du dir so Sorgen mit einem Kaktus ja aber auch gibt es eine Penetration was nein ach ja hier übrigens um die Grabsteine du ach das tut alles weh ja die Grabsteine haben auch tolle Sachen das sind oh das ist Glechtkrieger äh ich würde sagen Heilsteine sind gefragt ja aber bitte nicht auf mich ne irgendwie nicht ah du weil die machen nicht so viel Schaden ja weg da ja wobei die Zombies Zombies kassieren schon recht so ah du mit deinem ja ah die Zombies ne ich bin mal so frei schau dir mal was für Schaden macht vor allem an dir glaube ich ja ich bin tot man kommt nicht mehr raus weil die Zombies einen haben Bam das ist so schön macht echt Spaß ich glaub ich mach mir doch wieder hier okay 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 Hilfe 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 äh gut äh du darfst von mir aus jetzt auch mal sterben ah Hilfe was bist denn du für ouch äh ich bin tot ja und ich bin festgehalten worden du kannst auch zum Zaubern das macht nix ich weiß aber ich halte dich einfach nicht dann belebt die offensichtlich wieder korrekt ich schau gerade nach einem Lust äh nach einem guten Zauber ach come on du machst genau dann deinen Regen wenn ich Blitz machen will ja jetzt hör doch mal auf was denn das ist doch ein Witzbold ich du verlierst doch du stirbst doch ja eben weißt du was jetzt reicht mir mit dem scheiß Regen so du hör doch von selber auf Futter wenn er stirbst und schlage ich dich in real life lange ich durchs Mikro äh das will ich nicht machen die zieht ihr Leben ab naja tatsächlich du musst dich da trocken machen bevor du mich natürlich wiederbelebst ich weiß ja ich bleibe ich tatsächlich wieder aber wenn du machst wie dann scheiß Regen was ich kennst du einen Zauber der mit G anfängt ha 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 mit haben wir das geklärt ja und mit E mit da aufhört willst du nicht die Grabstein die Grabssteine alter wenn du mich nicht hättest ne lesen wir mal hier ach was pfff ach wie cool hä bist du da rein? ich war ja noch nie Zepter ist toll ich war ja auch noch nie Zepter ist toll cool nix Ich habe Sherlock Holmes den Erfolg bekommen. Was macht denn das Ding? Anscheinend hat sie dieses Grab geplündert. In ihrer Tasche ist eine Art Artefakt. Woher weiß er, dass es eine Frau ist? Hm, okay. In ihrer Tasche ist eine Art Artefakt. Also das Volondi glaubt das Zepter des alten Trollkönigs. Vermindert die Wahrscheinlichkeit gängigerischer Angriffe. Es ist 100 pro Referenz, die wir gerade nicht checken. Ja. Betört das Ziel. Ich meine, in ihrer Tasche ist eine Art Artefakt. Es ist... Ah, ich weiß es. Es ist Lara Croft. Ah, natürlich, ja. Logisch. Die Kleider, ja. Oh Gott, das gibt einen guten Folgentitel. Ich habe seine Hose erkannt. Ja, stimmt. Ja, die Hose und das Oberteil. Und dann noch die Anspielung auf sie. Ja, aber die ist blond. Das macht keinen Sinn. Warum sind die blond? Weiß ich nicht. Alter, lass es. Ist dir schon klar, dass die das hier ein Skelett ist, oder? Ach so. Lass es mal auf. Ich will trotzdem... Ich verstehe nicht. Ach so, komm mal her. Darf ich noch kurz was probieren? Komm her, wenn du willst. Ich will nur kurz schlagen. Nein? Nein, ich will zeigen, was das Ding macht. Komm her. Ach so, das geht gar nicht. Moment. Guck mal, meinst vergiftet. Alter. Komm mal her. Nee, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ja, was? Also, los, mach. Geht ja gar nicht, okay. Du bist anscheinend kein Ziel. Oh, zur Abwechslung mal. Dich will man nicht betrachten. Hierrut Emil Englund. Das sind 100%-Anspielungen, die wir wieder nicht kapieren. Ja. Aber immerhin haben wir die andere gecheckt jetzt. Hierrut Enten, Stenmark. Vielleicht ist es auch Entwickler. Hierrut Karl Brennström. Yeah. Yeah, sonderbar. Yeah, steht drunter. Hierrut Andreas Entenström. Den Rest kann man nicht lesen. Er wird von deinem Part verdeckt. Ich wette, das ist die Entwickler oder so. Von der Po. Hierrut. Hierrut Marlin Hedström. Hierrut, hier, Johann Pettis, oh Gott. Hierrut Robin Zederholen. Kein weiterer Text, nur eine Zeichnung von drei Hügelen. Der in der Mitte ist ein wenig größer, ob da ein Spalt abgibt. Ja. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Ich habe da nichts verstanden, das sind nur drei Hügel. Und eine Spalt am Gipfel. Ist doch nichts unbekommenes. Das kommt aus. Die schon klassisch teleportieren kann, so nicht auf Scheiß Eis angewiesen bist. Nein. Die, die angeben wollen, halt mit ihrer Magierhaftigkeit. So, dann müsste jetzt eigentlich eine Marquie liegen. Na, ich weiß es doch. Ich weiß doch alles. Ja, Totenbeschwörung, oder ist das? Oh Gott. Oh, darf ich probieren? Ich will probieren, weil mein Stab, der kann eigentlich betürnen. Oh, dann betürmer. Ja. Hey, ich schalte so lange ein, schalte so lange ein, schalte das hier auf. Oh, schlucki, schlucki, oh, der kämpft für uns. Oh, wie geil ist das denn? Der kämpft für uns. Oh, es ist geil. Oh, es ist cool. Ähm, ich mach mal kurz den Zauberer da. Ähm. Nein, ich hab's falsch gemacht. Fuck. Da hab ich halt einfach Flammenwerfer jetzt stattdessen. Boah, er macht ja gut Schaden. Der. Dampf und Feuer macht richtig gut Schaden. Der macht gut Damage und Schaden. Oh ja. Okay. Au, Alter. Oh, als Gott, Zombies haben mich wieder. Don't. Oh, ich bin tot. Drop me. Keine Chance. Okay, wenn sie wirklich haben, ist das echt tot. Ferdig. Aber weißt du, was hier eigentlich mal gut wäre? Ich find's nicht. Nicht zu sterben? Nein. Ja, das auch. Kannst du mal kurz sterben, bitte? Ich würde sofort zugen, wer nicht. Es ist wichtig. Ja, keine Sorge, ich bin gerade dran. Gut. Jo, tot. Ach, du wolltest den machen? Äh, geht nicht. Wir sind im Haus. Okay. Alter, was ist denn da eigentlich für ein Flash-Bot, bitte? Summer Breeze. Was? Was passt denn du da hinten, Mann? Ich wollte einen Feuersturm machen, aber die Typen nehme ich immer. Also, ich bin tot, 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 ich bin tot. Scheiße, dann stellen wir jetzt beide in dem Fall. Nein, teleportier dich weg. Du kannst es von da einfach teleportieren. Ich kann, nein, du kannst eben nicht, dummerweise. Du kannst eben keine Zauber, nicht die großen Zauberwirkungen. Oh, weißt du, was cool ist? Das geht nicht. Wenn man den Betörn macht, den Betörn... Warum hab ich denn gerade Multikill bekommen? Weiß ich auch nicht. Ich glaube, entweder wegen meinem Betörn oder wegen deinem Flammenwurf. Oh, meine Katze nervt gerade. Bitte nicht, Katze. Ich bin immer noch daran, zu versuchen, dass ich den hier aus dem Handgelenk kann, den Zauber. Aber es klappt nicht, weil mich die Scheiß-Zombies jedes Mal erwischen. Oder wenn ich immer tot. Weil immer alle Zombies auf mich gehen. Das nervt mich so sehr. Hast du gesehen, wie es geht? Ähm, ich weiß nicht, wie oft ich hier gestorben bin, als ich alleine gespielt habe. Aber oft. Alter, siehst du gerade, wie man Fetter in der Mitte aufräumt? Oh, wie gut. Ach, komm schon, das ist doch nicht der Ernst. Oh, siehst du, wie gut das Fetter aufräumt? Das ist voll gut. Doch, ne Scheiße! Ich hasse diese Scheiß-Zombies! Ja, er rastet aus. Er rastet aus. Wie geil. Siehst du, wie gut das aufräumt? So eine Kacke! Siehst du, wie gut das aufräumt? Siehst du das? Siehst du das? Wie gut? Es ist mir so egal, weil ich diese Scheiß-Zombies hasse. Ich will nicht mehr spielen. Gut, Singleplayer. Was? Hilfe. Ähm. Du? Ich hasse diesen liebsten Raum. Ich hasse diesen Raum so sehr. Ja, okay, komm. Ich habe ihn vorher gehasst, ich hasse ihn immer noch. So, jetzt endlich geschafft. Den wollte ich die ganze Zeit machen. Aber der ist eigentlich gar nicht so stark. Eigentlich lohnt es sich mehr, einfach Dampf zu wirken und dann Feuer dazu. Gewonnen! Was? Oder auch nicht? Jawohl! Das war das Zunichtung. Äh, nein. Achso, kann man eigentlich auch machen, ne? Ja, komm. Hätten wir eigentlich auch machen können, wenn alle Zombies gestorben. Ah, schön. Gut, dass uns sowas im Nachhinein aufreißt. Wie hast du sie getötet, die Zombies? Die Zombies jetzt gerade. Ja, die sind ja alle auf einmal umgefallen. Achso, das war, weil der Feind gestorben ist. Achso, wenn man Toten ist schwerer Töte, die haben alle. Eigentlich schon, ja. Oh, Totenerweckung. So, was habe ich gefunden? Totenerweckung, ja. Das kann eigentlich schon mein Stab. Mit dem Stab der Toten muss sich keiner mehr Sorgen machen, wenn er Freunde tötet. Ah, ich kann Instant Revive machen damit. Ah, schön. Was? Hey, ich will meine Armee aufstellen. Deine Armee überlebt wahrscheinlich eh nicht, dieses Ladebildschirm. Das ist die dritte Fraktion von WoW.